Hi, mein Name ist Leon und ich mache eine Ausbildung zum Medientechnologen bei Grundlach Verpackung. Meine Hauptaufgabe ist das Mischen von Druckfarbe und das Einrichten der Druckmaschinen. Die Ausbildung ist sehr facettenreich und bietet sehr viel Abwechslung. Ein ganz normaler Druckprozess sieht wie folgt aus. Wir bekommen einen Auftrag mit einem Muster und anhand des Musters mischen wir die Farbe. Solange die Farbe noch nicht passt, machen wir einen neuen Andruck, bis die Farbe dem Muster entspricht. Ihr solltet auf jeden Fall teamfähig sein, weil die Maschine nur läuft, wenn alle Hand in Hand arbeiten und das ist, was mir gerade so Spaß macht hier bei Grundlach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017